Eine ganz tolle Veranstaltung. Ich fand auch den Keynote-Speaker sehr interessant. Der hat das wirklich lebhaft berichtet, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und hier die vielen Kollegen wieder vor Ort zu treffen, macht natürlich auch große Freude. ASEF im Dialog war bisher sensationell. Es ist immer wichtig zu wissen, was machen die anderen, wo bewegt sich der Markt hin. Der Keynote heute war natürlich grandios, also war ein richtig toller Vortrag, den wir gehört hatten. Das Team, man merkt einfach, das Team brennt dafür von ASEF, den Dialog aufrecht zu erhalten und das sind einfach eine tolle Begebenheit, tolles Meeting. Die ASEF ist einfach ein tolles Netzwerk, in dem man sich mit Kollegen und Kolleginnen austauschen kann. Aber auch jetzt unser Workshop, den wir gerade hatten zum Thema steuerbare Verbrauchseinrichtungen, tut einfach gut zu hören, wo stehen die anderen Kollegen. ASEF ist für mich einfach ein riesiges Netzwerk, wo man einfach immer, sag ich mal, darauf zurückgreifen kann, wie so ein riesen Wissenskatalog eigentlich. Sehr starke Unterstützung, um Übersicht und Überblick zu bekommen bei einer breit gefächerten Flut an Aufgaben und Themen, die es in der Energiewirtschaft so gibt. Man merkt den Spirit in der ASEF selber, dass sie für diese Themen brennen und dieser Funkel, der geht dann auch auf uns über, so dass wir natürlich unseren Unterstützung sehen, in unseren entsprechenden Arbeiten zu erledigen haben. Von daher, Daumen auf für die ASEF!